Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schaars Feinem-Podcast Episode 374. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Hallo. Hallo. Ich kann mich da gerade noch dran erinnern, dass du mal Fahrrad gefahren bist früher. An Paul Hütte, der nur dein Podcast, der wohnt nicht hier, oder? Nicht, dass ich wüsste hier. Hab ich was verpasst? Nein, dazu nicht. Also einfach der Weg zum Bahnhof hat sich halt halbiert und ich höre jetzt Podcast die ganze Zeit mit diesen coolen Noise Cancelling Kopfhörern, mit denen ich halt nicht Fahrrad fahren möchte, weil es mir zu riskant ist. Ich sage aber auch öfter mal, Schatz, sage ich, wir können auch mal eine Fahrradtour machen, denn ich mache das eigentlich gerne. Ja, und ich sage dann immer, nein, ich will lieber Podcast hören. Ja, schade. Ja, wir waren beim Camping. Nee. Ja, warst du dabei. Das war schön. Ja, wir sind zum Abcampen quasi. Genau, wir waren beim Abcampen. Saisonabschluss ist das Stichwort. Wir waren nämlich in Missunde, das ist an der Schlei, weil wir mit dem Gastini Schloss Gottdorf uns angucken wollten und Heiterbu. Und weil der Campingplatz Heiterbu direkt gegenüber von dem Wikinger Museumsparkplatz nur noch Dauerstellplätze bietet und keine Saisoncamper mehr reinlässt, sind wir halt ein bisschen weiter gefahren nach Missunde und das hat sich wahnsinnig gelohnt. Das war sehr schön. Aber dazu später mehr, denn ich wollte kurz systematisch vorgehen und lachte. Wir sind nämlich in der Anfahrt erstmal, haben wir einen Schlenker gemacht zu Schloss Gottdorf auf dem Parkplatz dort und sind da einmal durch den Barockgarten. Wir hatten den Wohnwagen schon hinten dran, also beziehungsweise noch hinten dran. Also wir fuhren aus Husum los mit Wohnwagen, Gerstini und Hund und Jörn einfach knallhart. Ich fahre ja auf dem Parkplatz vom Schloss Gottdorf und sie ist da einfach quer über zehn behinderten Parkplätze. Nein, 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 das stimmt nicht. Das würden wir nicht machen. Nein, aber war ein bisschen witzig, weil es ja so ein Besucherparkplatz ist und wir uns da einfach mit einem Gespann einfach mal Bresich hingestellt haben. Wenn sich da die ganzen Wohnmobilfahrer hinstellen dürfen, dann darf ich das ja wohl auch. Gleiches Recht für alle, vor allem für Gespanne. Genau. Und dann sind wir ein bisschen durch den Barockgarten gelaufen. Der sieht natürlich jetzt im Herbst ein bisschen mäßig aus, aber der Weg führte uns eigentlich auch eher ins Globushaus, denn den kannte ich noch gar nicht, den Gotthoffer Globus. Das ist eine echte Sensation gewesen, damals als er gebaut worden ist und heute finde ich auch noch. Entschuldigung, das ist eine echte Sensation gewesen. Aber heute auch noch so viele Klautwürste. Gerade noch die Kunden bekommen. Ja. Ich war nicht mit drin, weil einer muss ja immer beim Hund bleiben. Wir teilen uns auf. Genau. Also irgendwie 1630 gebaut und von außen eine Weltkarte, so wie man damals die Welt halt kannte. Und von innen, da konnte man sich reinsetzen mit bis zu zwölf Leuten und dann konnte man da den Sternenhimmel betrachten und den Lauf der Sonne verfolgen. Und das war total großartig und einmal mehr habe ich mich gefragt, waren wir wirklich da, wenn wir nicht ein einziges Foto davon gemacht haben? Ja, du denkst auch nicht so viel ans Fotografieren. Ich versuche für das Gast Tini möglichst gut dieses Jahr zu dokumentieren. Sie selber macht auch nicht so viele Fotos. Ja. Ja. Ich habe von außen sogar das Haus fotografiert, als ihr da drin wart, aber ihr habt drin kein Foto. Ja, weil ich halt auch irgendwie, wenn sie dabei ist, denke so, oh Gott, ich bin echt viel am Handy und. Ja, aber um Fotos zu machen, die man ihr vielleicht irgendwann mal in schöner Form zukommen lässt. Ja, ist an und für sich eine gute Idee. Müsste ich mehr machen. Also jedenfalls war ich da nicht mit drin. Also falls hier jemand Lust hat, nochmal, also überhaupt mal zu dem Globus nach Schleswig zu fahren, sag Bescheid, ich komme mit. Ich brauche da nur einen Hundesitter. Und während die beiden sich dann das Schloss angeguckt haben, bin ich nämlich weitergefahren, direkt schon mal zum Campingplatz, habe den ganzen Check-in gemacht und den Wohnwagen aufgebaut und alles soweit hingestellt. Schön hier austariert mit dem Flatjack, dass das Ding auch gerade steht. Flatjack? Was? Was? Hä? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Du ergibst keinen Sinn. Und ich mochte den Platz wahnsinnig gerne. Erstmal hatten wir eine schöne Parzelle mit Blick auf die Schlei. Das war wirklich hübsch. Waschhäuser super, fand ich. Alles sauber, alles in sehr gutem Zustand. Und so liebevolle, kleine Sachen. Also wie zum Beispiel ein kleines Kräuterbeet mit einem Schild, bitte bedienen Sie sich. Und da waren halt irgendwie so fünf bis acht Kräutersorten. Es war einfach nett da, einfach hübsch. Und du meintest, dass die auch super nett waren vom Platz. Ich war nicht mit an der Rezeption, aber du meintest, dass die super nett waren. Die waren sehr sympathisch und haben da auch einen kleinen Supermarkt, wo man wirklich alles kriegt. Vom Müsli bis hin zu Tiefkühlpizza und Campingartikeln und Ansichtssouvenirkram, Postkarten, das volle Programm. Witzig fand ich, die hatten gerade am Tag vor unserer Ankunft beschlossen, dass sie jetzt keine Brötchen mehr kommen lassen, weil so wenig Leute da sind. Und die gesagt haben, der Bäcker hat da für die Lieferung jeden Tag eine Anfahrt von 15 Kilometern. Und für 20 Brötchen lohnt sich das einfach nicht. Aber sie hätten ja noch irgendwie tiefgekühltes Brot. Das könnte man ja noch warm machen. Aber wir haben halt leider keinen Toaster dabei. Deswegen haben wir Müsli gegessen. Und Jörn kam dann, wollte Brötchen holen, kam dann zurück mit acht, so Mini-Packungen, verschiedene Cereals, Cornflakes. Ich fand die total gut. Diese ganz kleinen. So ganz kleine, was weiß ich, was war da drin? 30 Gramm? Keine Ahnung. Das war total süß. Wenn da sowas nicht so viel Müll produzieren würde, könnte man das glatt öfter mal holen, einfach was so niedlich ist. Und weil man sich damit auch fühlt, als wäre man ein Riese. Ja, das ist so. Ja, aber es ist eigentlich zu viel Plastik. Ja, das stimmt. Dann gab es abends Kartoffelgratengen aus dem Omnia, ist auch unfotografiert geblieben. Streiflich möchte ich kurz mich selber schelten. Warum zinkerst du mir zu, während du das sagst? Es ist ein bisschen creepy. Mach weiter, bitte. Heiterbu. Nee, und dann sind wir nach Heiterbu gefahren. Ich kann ich noch, bitte. Bitte. Darf ich nicht erzählen, dass ich mit ihr im Schloss Gotthof war? Ach ja, du warst ja im Schloss Gotthof. War ich mit dem Gastini im Schloss Gotthof, das Landesmuseum für Schleswig-Holstein. Und es ist immer sehr schön da, aber extra ist es sehr viel einfach. Aber sehr hübsch, kann man gut machen. Ja, das war's. Super. So alte Bilder, Möbel, Sachen, Ausstellungen. Moorleichen. Moorleichen auch, ja. Und auf dem Rückweg nach Hause am nächsten Tag sind wir in Heiterbu auf den Parkplatz gefahren. Mit dem Wohnwagen dann wieder hinten dran. Wir waren ja schließlich auf dem Weg zurück nach Husum. Wieder auf dem Parkplatz mit gespannt. Das war super, zwischen den ganzen Wohnmobilen. Und haben uns da erst das Wikinger-Museum angeguckt und dann das Wikinger-Dorf, das nachgebaute. Und das war auch alles sehr spannend und alt. Dann war danach auch wirklich Saisonende, also der Wohnwagen ist jetzt ausgeräumt, durchgeputzt und Freitagabend in die Halle gefahren. Das war... Wir haben die Hundebox im Wohnwagen vergessen übrigens. Welche Hundebox? Die ist unten bei den Stühlen und so mit drin, glaube ich noch. Das wusste ich nicht. Die Hundebox sehen wir dann im April wieder und mehr zum Thema Camping gibt es dann in der nächsten Episode vom Camping-Karabar-Podcast. Da bin ich da auch dabei? Nein. Bitte nicht. Dann haben wir Hundesachen bestellen wollen, beziehungsweise wir haben es getan. Darf ich die Überschrift lesen von dem nächsten? Dark Pattern Marketing beim Online-Shopping. Dank, dank, dank. Dank. Ja, also wir haben Hundekram gekauft in einem Hamburger Online-Shop und zwar einen Rucksack, in dem wir den Hund transportieren könnten. Wir fahren am kommenden Wochenende nach Hamburg und ich halte jetzt grundsätzlich nicht so viel davon, Hunde ewig in Taschen rumzutragen. Aber wir dachten uns für die Stadt, weil der Hund ist nicht so Großstadt-Fan, vielleicht wenn man immer in der U-Bahn ist oder so, kleinen Safe-Space für den Hund, dass man sie mal in so eine Hundetasche packen kann. Ansonsten ist sie fit und hat Beine und läuft selber. Das haben wir also bestellt, dieses Gerät. Und wie das dann, so mache ich halt auch gerne, anstatt irgendwie da Kreditkartendaten einzugeben, zahle ich dann eben mit PayPal. Und da ist es ja so, man sagt dann, okay, hier, das ist mein Warenkorb, jetzt mit PayPal bezahlen, dann muss man sich da einloggen und nochmal draufdrücken, ja, jetzt bezahlen. Und dann geht man häufig, wird man dann nochmal zurückgeleitet auf die Seite des Online-Shops, wo man dann einen finalen Jetzt bezahlen-Link anklicken muss. Habe ich auch gemacht und dachte so, ja, wird schon gepasst haben und dann ging aber, lud sich dieses Fenster neu und da war dann wieder ein, im Prinzip das gleiche Bild und wieder ein Knopf mit Jetzt bezahlen. Und ich dachte so, hä, das hast du doch gerade gemacht und war schon kurz davor, da nochmal drauf zu drücken, als mir auffiel, die Summe stimmt gar nicht. Und der Artikel im Warenkorb, das hat auch nichts mit dem zu tun, was ich haben wollte. Und ganz oben links im Fenster stand klein, dass der Bestellvorgang abgeschlossen war. Das war halt ein zeitlich limitiertes Sonderangebot, zu dessen Kauf sie mich mit dieser Masche irgendwie verleiten wollten. Ja, ich habe vor lauter Wut gar keinen Screenshot gemacht, aber zeitgleich mit der Bestellbestätigung kam dann eine Mail an, mit der ich meine Newsletter-Anmeldung bestätigen sollte. Ich habe keine Checkbox gesehen, ich glaube nicht, dass ich das übersehen hätte und vor allem bin ich aber unsicher, ob vorausgefüllte Newsletter-Checkboxen rechtlich überhaupt noch klar sind. Also bei dem Laden bestelle ich jedenfalls nicht mehr, vor allem nicht den Newsletter, der natürlich trotzdem kam. Du kannst ruhig sagen, du hast nicht gesagt, welcher Laden, ne? Ja, Emma Love. Emma Love heißt das. Ich muss dazu sagen, generell finde ich es gar nicht so einfach im Internet, seriös Shops zu finden. Und ich habe halt ewig gesucht mit diesem Hunderucksack, mir da tausend Seiten angeguckt und mir kam der wirklich ganz gut vor. Und die Seite ist aber auch komisch, weil die einerseits so ein bisschen hier auf regional, hier wir sind so ein Hamburger Startup und unterstützt uns und hier und da machen. Auf der anderen Seite aber halt mega das Agro-Marketing haben, ne? Ja. Auch überall so blinkendes, nur heute das Angebot und das jeden Tag dann halt und solche komischen Sachen. Genau. Also ja, ich würde auch nicht mehr leider bei Emma Love bestellen. Und der Newsletter, den wir auch nicht bestellt haben, kam natürlich trotzdem an. Daraufhin habe ich dann noch am selben Abend eine Meckermail getippt mit den Mittelfingern, auf die es bisher kein Feedback gab. Geschweige denn, dass die Lieferung bisher bei uns eingetroffen wäre, was besonders ärgerlich ist. Das andere Ärgerliche war eine Heizungsstörung, die wir nach dem Campingurlaub bemerkt haben. Schon wieder, muss man sagen, das war das zweite Mal in diesem Jahr, dass die Heizung ausgegangen ist und nicht wieder von alleine anging. Wie das dann immer so ist, es war halt irgendwie aufgefallen, ist mir das dann erst nach Feierabend der Sanitär- und Heizungsfirma trotzdem angerufen und hatte dann einen verwirrten Mitarbeiter dran, der sich wunderte, warum das Telefon auf ihn umgestellt ist. Er hat also einen Rückruf am nächsten Morgen angekündigt und weil ich sowieso schon wach war, habe ich dann eben selber da zurückgerufen und bekam einen Lösungsweg am Telefon aufgezeigt, der auch funktioniert hat. Und jetzt weiß ich immerhin, was ich als erstes probieren kann bei der nächsten Störung. Unter Umständen könnte das an den Zündelektroden liegen, sagte der Meister selbst, weil die nur bei jedem zweiten Wartungstermin gewechselt werden. Das müssen wir also im Auge behalten. Was war die Lösung? Did you try turning it off and on again? Ja, das war es nämlich nicht. Ich habe nämlich natürlich Power auf, Power on probiert. Es gibt aber noch einen anderen Knopf, den ich nicht gedrückt habe, weil sich das auch nicht so richtig erschloss, dass das der Reset-Schalter ist. Das ist einfach eine durchgestrichene Kerze und da bin ich nicht drauf gekommen. Du hast Angst, dass du stirbst, wenn du Lebenslicht aus... Wird mir dann ausgepustet. Licht ausgepustet. Ja, das Ding drücken und dann läuft es wieder. Ich habe jetzt auch mit dem Beschriftungsgerät... Doch, ich habe einen Aufkleber ran gemacht. Bei Störungen hier drücken. Von Jörn Schaas fahre ich ein Beschriftungsgerät. Von Jörn Schaas fahre ich ein Beschriftungsgerät, genau. Ja, Winterreifen haben wir jetzt auch und das war ungefähr das... War eine wunderschöne Gelegenheit. Die Überschrift für diesen Punkt heißt Döner beim Reifenwechsel. Genau. Ich habe nämlich Döner zum Mittag geholt und so ein bisschen die Zeit verloren und habe also die Dönersachen, die hier im Haus bestellt wurden, von den anwesenden Teenagern, hier abgeliefert. Und mit meinem Döner bin ich dann weitergefahren zur Autowerkstatt, um die Reifen wechseln zu lassen. Steige aus dem Auto aus mit dem Döner in der Hand, da freut sich der Techniker noch. Ah, hast du ja Proviant mitgenommen, das ist ja eine gute Idee. Und dann habe ich halt auf dem Parkplatz gestanden, habe mit meinem Döner gebissen, kommt der Werkstattleiter raus und mault mich an. Das geht auch so nicht, das kannst du nicht machen. Döner im Stehen, Essen auf dem Parkplatz, setz dich hier rein. Ne, echt? Da hast du gar nicht erzählt. Ja, du warst nicht da. Ja, deswegen hättest du es mir erzählen müssen, weil ich nicht dabei war. Ne, du warst nicht da, als ich es erzählt habe. Wem hast du es erzählt, wenn ich nicht da war? Den anderen Menschen. Oh. Okay. Hier waren, um die Kinder abzuholen. Ah. Ja. Immer verpasse ich alles. Ne, weil du immer unterwegs bist. Oh, Entschuldigung, dass ich arbeite, damit wir hier wohnen können und nicht verhungern. Sorry. Irgendjemand muss ja Geld verdienen, während du immer hier so Schischi-Podcast hier und Golf da und so. Oh Gott, ich wünschte, der könnte den Blick sehen. Ja, danke, dass du das machst. Wir hatten Besuch. Ich höre deine Ironie nicht. Oh, wir hatten Besuch. Anna und Marco waren da. Yippie. Das war super. Die Besten. Und Lotta auch. Und Lotta auch. Und Lotta der Hund. Ja, wir haben das Wochenende miteinander verbracht. Das war fantastisch. Wir waren in Westerheva bei mäßig gutem Wetter. Diesmal. Das Gastini fand es super. Immerhin. Hat sich gefreut über Sturm und Regen. Ja, gut. Es gab eine Menge Vögel zu sehen, was sie auch super fand. Nonnengänse. Ein Riesenschwarm, der über uns drüber geflogen ist. Und abends gab es Burger. Und vor allem gab es aber auch Käsekuchen. Das Gastin und ich haben gebacken. Schon wieder. Und es war schon wieder gut. Es war großartig. Käsekuchen aus dem Dr. Oetker Backbuch. Ja, fantastisch. Classic. Einfach gut. Und wir haben unser Hotel in Hamburg storniert zum Jahresende, weil nämlich der Kongress abgesagt worden ist. Der Club hat gesagt, so im Augenblick, Pandemiesituation, alles ein bisschen unüberschaubar. Und da der Gedanke, ein Event mit 15.000 Leuten zu veranstalten indoor, egal was das werden würde, es wäre sicherlich kein Kongress, halte ich für eine gute Entscheidung, weil wir uns ja sowieso auch nicht so ganz sicher waren, ob wir wirklich hinfahren wollen würden. Schade ist trotzdem. Ist das. Dann wollte ich ein kurzes Zwischenfazit ziehen zur Transkription. Das mache ich ja jetzt immer, dass ich auch das neue Episoden Untertitel kriege für Hörgeschädigte. Und die alten Episoden werden nach und nach mit Untertiteln versehen. Und ich bin unglaublich zufrieden mit der Erkennung von Speechmatics. Ich habe das auch inzwischen einigermaßen in meinen Podcast-Workflow eingebunden. Das dauert jetzt natürlich alles ein bisschen länger, so eine Episode zu veröffentlichen, weil ich halt die Texte nochmal durchlese. Dafür gibt es dann halt ein astranes Transkript und das funktioniert am besten bei kurzen Episoden. Längere Folgen lasse ich oft noch ein bisschen liegen, da fehlt mir einfach die Motivation. Inzwischen haben sechs Prozent der älteren Folgen Untertitel bekommen, also insgesamt 27 Stück. Das ist etwas, über das ich mich schon sehr freue. Das bedeutet aber auch, wer rechnen kann, ich nutze da nicht immer das Freikontingent von Speechmatics, sondern mache das so, wie ich Lust habe. Bisher hat mich das ungefähr 20 Dollar gekostet. Offen ist allerdings noch die Frage, wie ich mit Audiokommentaren umgehe oder anderen Einspielern, so wenn ich zum Beispiel aus einem anderen Podcast was einspiele oder sowas. Das müsste ich streng genommen dann irgendwie als Mitwirkende anlegen, aber so tief will ich das gar nicht. Also wird es wohl irgendwie eine Art Schatten mitwirkenden namens Einspieler geben, eine fiktive Person, damit das Audio in den Untertiteln nicht mir zugeordnet ist. Denn für jemanden, der nicht so gut hören kann und nur auf das Transkript angewiesen ist, wäre das eher verwirrend. Und dann gibt es noch einige problematische Episoden, vor allem die, in denen Gehsch und ich zusammenzuhören sind, aber beide nur auf einer Spur. Aus mehreren Gründen sind die problematisch. Zum Beispiel die eine Folge, wo wir im Wohnwagen unseren Sommerurlaub besprochen haben. Entschuldigung, aber bei Twitter ist ein Foto von einer kleinen Katze, die auf einem riesigen Fisch sitzt. Herzlich willkommen in Gehsch und Schaas, bei einem Podcast. Ich weiß nicht, warum die auf dem komischer großer Fisch und so eine kleine Katze da so. Entschuldigung. Ja, also die Folge von unserem Sommerurlaub, da hatte ich halt nur das eine Mikrofon dabei und wir waren beide auf einer Spur und das kriegt man nicht mehr auseinandergefieselt in der Transkription und das ist dann schwierig. Ja, ist das. Ja, da weiß ich auch noch nicht. Neue High Alarm Podcast Episode ist draußen. Da habe ich bei Insta, unserem High Alarm Podcast Insta Profil was gepostet und das mache ich normalerweise vom Desktop aus und üblicherweise schreibt man dann ja hier neue Episode draußen, bla bla bla, Link in Bio und dann kann man halt in seinem Steckbrief den Link ändern, damit er auf die aktuelle Episode zeigt. Das lässt Instagram aber jetzt nicht mehr aus dem Browser zu, man muss dafür die App benutzen. Das ist ein totaler Schwachsinn. Du bist ja gleich durch, ne? Ja. Ich würde noch ein weiteres Thema auf die Tagesordnung setzen. Das ist konsensfähig. Einstimmig. Also mit deiner Stimme. Also eine Stimme, ein Stimme. Exakt. Oh Mann, ja und ich dachte immer, wir sprechen auch mit deiner Stimme. Ja, voll. Voll? Nur wenn du betrunken bist? Entschuldigung. Was für ein Thema hast du denn, Gishe? Warte, kann ich dir erst ins Ur flüstern? Nein, die Leute hören zu. Und ich habe Kopfhörer auf. Wie ein Gastini mit dem Adventskalender, wollen wir das jetzt sagen? Ja. Okay, soll ich anfangen oder du? Du fängst an. Okay, also folgendes Thema. Wir haben ja ein Gastini wieder bei uns im Moment leben für insgesamt zehn Monate. Und aufmerksame Hörer und Hörerinnen von Jörn Schaasfein im Podcast wissen, dass wir schon einmal ein Gastini hatten vor vier Jahren. Die Älteren erinnern sich. Und damals haben wir eine schöne Aktion gemacht für Abby und wir haben uns überlegt, dass wir das gerne für unser jetziges Gastini, Eugenia, wiederholen würden. Und zwar ihr einen deutschlandweiten Adventskalender zu, weiß ich nicht. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr Lust hättet, also einige von euch mitzumachen. Und ja, wie kann man sich am Adventskalender für das Gastini in der Casa Chasa beteiligen? Am einfachsten ist es, wenn ihr uns vorher eine Mail schreibt, dass ihr was schicken wollt. Denn dann können wir im Zweifelsfall sagen, nein, vielen Dank, drei Geschenke pro Tag reichen. Genau. Denn das könnte ja passieren. Und ja, einfach kurz mich antickern, die E-Mail-Adresse steht im Impressum auf meine URL ist längeralsdeine.de und dann kriegen wir das irgendwie zurecht. Genau. Sicherheitshinweis, sie mag kein Obst. Genau. Also generell, es ging halt darum, dass sie kleine Geschenke, also keine großen Sachen, sondern kleine Sachen, das kann auch einfach nur eine Postkarte sein oder ein Schlüsselanhänger oder eine Süßigkeit oder so. Im Idealfall typisch für die Region oder die Stadt, aus der ihr kommt, sodass sie halt aus verschiedenen Ecken von Deutschland jeden Tag in ihrem Adventskalender etwas vorfindet. Und wie gesagt, es muss wirklich kein Riesengeschenk sein oder so. Genau. Und einfach etwas Kleines, Süßes, Hübsches. Und genau, sie isst kein Obst und sie ist minderjährig und bekommt auch keinen Alkohol. Sie hat auch gar kein Interesse daran. Also kein Schnaps schicken bitte und nichts mit Obst. Schokolade ist sehr willkommen. Damit ist auch Obstler raus. Doppelt quasi. Genau. Sie ist sehr naturinteressiert. Alles was so. Und sie mag kleine Sachen. Sie mag kleine Sachen. Sie sammelt kleine, also sehr, sehr kleine Sachen auch. Wie gesagt, es ist einfach eine Postkarte, ein kleines Naschi, irgendwas, was, also würden wir uns freuen, wenn wir da 24, 23, einen haben wir schon bekommen aus Kiel. Und wenn wir dann kleine Geschenke für den Adventskalender für unser italienisches Gastini zusammenbekommen würden. Das wäre fein. Das wäre super fein. Ihr könnt ja eine Mail schreiben oder bei Twitter könnt ihr mir auch schreiben, at Schaserella. Ja. Und abgesehen davon bin ich der Meinung, dass Christian Lindner als Bundesfinanzminister zurücktreten sollte, bis das passiert oder bis eine weitere Folge erscheint von Jörn Schaas. Alles Gute. Tschüss.